Gut, Freunde, der Level 43. Oha, das sieht schon schwer aus. Aber wie mache ich das am besten? Wir versuchen es einfach. Drei Menschen auszutricksen, kein Problem, aber ab vier ist schon schwierig. Und schrummdrüben. Die roten Schlüssel nicht vergessen? Bitte schön, bitte schön, bitte schön, bitte schön. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ah, jetzt seht man, Freunde, oben links. Cool, oder? Gut, dass ich das vorher die Punkte genommen habe. Boah, sonst hätte ich das nicht geschafft. So, jetzt muss ich ein bisschen leise sein, damit ich es höre. Moment. Okay. Tschüss. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft, Freunde.